Haben Sie bitte auch Verständnis für weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Personen- und Gepäckkontrollen im Gängelbereich. Beachten Sie auch die Liste der an Bord verbotenen Gegenstände, die Sie bereits mit Ihren Reiseunterlagen erhalten haben. Um sich bestmöglich vor Krankheiten zu schützen, sollten Sie sich mehrmals täglich die Hände mit Seife und heißem Wasser waschen. Außerdem möchten wir Sie bitten, beim Eintritt in die Restaurants nach Benutzen der Toilette